ich habe mich echt echt beeilt so was weiß man bei mir nie habe ich irgendwas verpasst da ist er wieder ich habe gesagt ich beeile mich ich habe doch gesagt ich beeile mich extra gesagt ich beeile mich so hart ja ich freue mich schon wenn ich irgendwann einen pc habe selbst wenn es nur ein laptop wäre der internet fähig wäre bis das internet wieder weg ist true point true point so wenn der tag lang ist das ist richtig das ist so mein mit hier das ist so mein ding so wir haben jetzt die maximale ultimative anzahl an mp gesammelt ja das recht vielen dank für die info das ist so nein das ist die falsche ich bin doch schon mod würdig du stehst tatsächlich zur debatte so ist es nicht so eine 700 lizenz liefer wird würdig sein geschmackssache leute geschmackssache es wäre der last fight das ist jetzt ich brauche ein eigenes pop-champ-emote nur um das jetzt hätte schreiben zu können so draco spiel ja ich glaube und halte ich da raus du denkst du kannst dir alles erlauben du kommst auf die schwarze liste auf die schwarze liste so kommt das sollte reichen ich glaube das ist perfekte vorbereitung ich glaube besser können wir unser set jetzt nicht bauen und ich habe ehrlich gesagt mit 82 ich habe ehrlich gesagt keine lust jetzt noch sehr viel mehr zu gründen es ist laut alter es nervt mich selber zu tode ab ich bin So, wir haben jetzt ein paar Zuschauer Da würde ich sagen, wir machen einen neuen Strapool Wir haben ja noch einige Spiele zur Auswahl der Kingdom Hearts Reihe, wo wir eine neue Challenge machen können Ich bin gerade nur das am Überlegen So, mal ganz kurz Hast du mal Rednaid durch, du Schmock? Ja, aber ich möchte zeitgleich zwei Projekte am Laufnahme Einmal halt so aus die Elden Ring und dann halt hauptsächlich halt die Kingdom Hearts Reihe, you know? So To the heart-seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water And so this boy sought out to escape from his prison He sought a way to cross over into other worlds And he opened his heart to darkness Riku! Don't bother Your voice can no longer reach him where he is His heart belongs again to darkness All worlds begin in darkness And also end The heart is no different Darkest ruts within it It grows, consumes it Such is its nature In the end Every heart returns to the darkness Whence it came You see Darkness is the heart's True essence That's not true The heart may be weak And sometimes It may even give in But I've learned That deep down there's a light That never goes out So you have come this far And still you understand nothing I'll just say that's what I have to say Every light must fade Every heart returns to darkness Your heart returns to darkness Come on See ya See ya Deep freeze Mit Toda und Goofies ist es halt easy as fuck, ja Aber ohne wird das sehr schwer ab dem Second Fight Ich hab' noch mal, damit du es liebst Ich hab' noch als eins, aber nur mit Blitzmarkier Vergiss es, man! Die frisst sogar noch mehr MP! Die frisst noch mehr MP! Die frisst noch mehr MP! Die frisst noch mehr MP! Das kann ich nicht machen, man! All right, meine Soul! Come, open your heart! Come, open your heart! Geil! Aber wird zu schwer! Submit! Submit! Geil! Sehr gut! So! Bei Sans hat's dann auf! Was geht noch? Nein! 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 Ganz im Gegenteil! Sand ist im Vergleich, wenn du die ganze Route wirst, das einfachste! Das fucking einfachste! Und es ist kein Scherz! Wo du richtig Probleme hast, sind dann Gegner wie 3er-Squads Wo die Random-Attack-Spam Wo du nicht weißt, wo die Projektile hingehen Bei Sans kannst du alles auswendig lernen Ich hab's noch nicht getan bisher Bei Sans kannst du alles auswendig lernen Bin gerade von Bossen ausgegangen Ja, okay Ja, okay Dann... Ah, du hast doch bloß zwei Bosse! Du hast bloß einen dein Und halt... Naja Sans Mehr gibt's in dem Spiel an Bossen nicht Undine No-Hit Ist nicht so leicht Aber ist, glaube ich, ein bisschen leichter als Sans Auch da sind die Attacken statisch Ah nein No-Hit ist schon schwer Ja Aber stelle ich mir trotzdem einfacher vor als Sans Meister der Neon ist schon schwer, oder nicht? Meister der Neon sollte ich No-Hit hinbekommen Ah, da kommt Stamm Neo Und da ist dann wieder vorbei So, jetzt kurz wait'n Du, ich hab' das Spiel Durch... Nommen wie... Keine Ahnung, ne? Ich kenn' mein Spiel Ich kenn' mein Spiel Sag' man Leute mal, bei dir weiß man's nie Ob du... Keine Ahnung, hässlich bist Du da einfach nur... Stinkst Ich weiß es nicht, man Dich mal zu machen Wieso denn es ist keine Kamera in den Streams? Ja, das macht mich schon fast So Wir versuchen ein bisschen MP zu sparen Und mit seinen eigenen Easy-Tags zu killen So Mit den Stärker Nulleranz Was meinst du mit deinen Challenge Breaken, dass du quasi sie aufgibst? Oder meinst du, dass du irgendwas... Cheez, mega hart. So, ich muss bloß noch mal einen streamen, damit ich wieder Nachrichten lesen kann. Dann wird nichts, okay, klingt interessant. Ja, warum nicht, nutzt du es nicht? Es scheint ja dann Featuren zu sein, dann passt das doch in die Challenge rein, oder nicht? Ah, dieses Slow Dodge Runner. Ah, ja, dann passt es eigentlich auch nicht in die Challenge rein, ne? Okay, nehmt deutlich weniger Damage, okay. Deutlich weniger Damage. Dann sowieso den Fight nochmal neu starten, weil wir sind ja durch... Können wir gar nicht. Doch, können wir. Warte. Können wir, können wir, können wir alles gut, weil wir haben in den ersten Fight sowieso überstanden, ohne... Also passt das. Ne, das geht. Das ist kein Problem. So, hier sind wir jetzt noch full live. Das ist okay. Das heißt, wir müssen zwar den Fight nochmal machen, aber das ist jetzt ja nicht das größte Problem. So, hier sind wir jetzt noch die Challenge drin, die ich selber sehr interessant finde. Ähm, den Rest kannst du dir was ausdenken, aber bitte nicht mehr eine Monomagie in einem Kingdom Hearts 1 zu hören. Das ist einfach nur Cremes, okay? Ähm... Fortnite 8 Stunden streame, muss dann irgendwas mein Gehirn zerfressen haben, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da weikere ich mich. Und es ist kein Scherz. Ich weikere mich dabei. Vorher, vorher, vorher schnappe ich mir einen Strick, werde einen wunderschönen Knoten daran binden, mir noch einen Haken an die Decke setzen und mich erhängen. Ich spiele gerne Fortnite ab und an, ja? Mit Freunden, etc., etc., aber... ...nur... Ne, vorher hänge ich mich. Er ist kein Scherz. sie erinnern aber nur mit soft resets nur mit dem stopper setz ansonsten macht das für mich keinen Sinn. Nein, nee, Leute, ich hab mich nicht erhängen, weil ich keinen Fortnite 24 Stunden Stream mache. Ganz einfach. Ja, mit zu wenig Damage, hab ich das Gefühl. Scheint klar, ich bekam auch MP wieder, aber so werde ich nicht ewig damagen können. Okay, das kann ich immer noch nicht. Perfekt. Oh nein, 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 wenn ihr zippt schon wieder, dann weiß ich ganz genau, dass es absolut schief geht. Nein. Ich glaube, wir schaffen den Boss nicht mehr. Ich habe jetzt, wenn es hochkommt, gleich eine Leiste runter, äh, eine halbe Leiste runter. Ja. Ich glaube, selbst mit der mächtigsten Magie sieht es unmöglich für mich aus. Scheiße. Gleichzeitig versuchen zu Geht das zu blocken? Ich glaube nicht. Ja, machbar ist es. Ich brauche halt noch genug Magie für den Endfight. Danach kommen noch vier Phasen oder so. Evo. Das ist ja nicht der Endfight. Das ist ja nicht der Endfight. Das ist nur ein Teil des Endfights. Das ist was anderes. Diese als die, es ist wie bei Endring. Wenn du nicht genug MP hast, dann wird das nichts. Aber doch, eigentlich soll ich es schaffen. Hör mal. Nee, das wird nichts. Ich müsste erst mal versuchen, überhaupt ihn perfekt zu dodgen, damit ich, äh, zu wenig wie möglich Damage einplanen muss, damit ich bis auf 0 MP runterkomme. So. Damit wir extra kein Damage nehmen. Verdammt. Verdammt. Das ist ein Leben. Lass mich doch. Ich kann das halt. Wenig schmollig. Danke. Danke, Nelo. Bis dahin. Bis dahin. Aber warum genau 4,20 Euro? Möchtest du mir damit etwas, etwas sehr interessantes sagen? Ganz zufällig. Was? Nein, Saps�로 enormous ist. Wow, du deinen Saps? Hast du einen gesurpt? Ich habe einen geschenkt. Oha. Du bist ja in ihren Mann. Ich würde, wie er den jetzt weggenommen hat. Ah, okay. Schade. Ja, True, darauf habe ich nicht so genau geachtet, aber es ist cool, es ist cool. Ich will die 50 bezahlt werden. Deep freeze. See ya. Deep freeze. Deep freeze. Deep freeze. Deep freeze. Naja, die Hälfte des Ertrags geht tatsächlich nicht in den Streamer, sondern in, äh, geht auf, äh, geht an Twitch. Okay, let's try it again. Wenn der schon damit wieder anfängt, ne? Hab ich gar kein richtiges Dot-Fight, ne? Ne, ne, wir müssen 50-50 sein, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Es hat mir auch mal ein paar haben oder klärt gehabt, tatsächlich. Und jetzt müsst ihr auch in die Bestimmung von Twitch stehen. Kann ich dich jetzt bitte hitten? Sollen wir jetzt abgeben? Ja, okay, dann passt das tatsächlich. Ich mein, dass die Streamer selbst 70% bekommen? Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Take this! Here! Deep Freeze! Das gibt's ja nicht. Bewegt sich zu schnell! Danke, danke, danke. Aber dir auch mal einen schönen Abend, ja? Schlaft uns später gut. Oh nein, das war eine ganz blöde Challenge, oder? Ich sehe jetzt schon kommen, du hast eine ganz blöde Challenge damit vor. Ich meine jetzt diesen Boss klatschen. Ich kann mich fest, ich habe einen Zettnack, ein paar Spirms. So lange haben wir irgendwas oberhalb seines Rumpfes treffen, dann werden wir eigentlich immer Magie spammen, das ist cool. So? See ya! Schade. Scheinbar noch nicht so ein breites Kreuz wie erwartet. Na. Geh halt mir weiter noch mal lang. , Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! 性g Oh, verdammt, ich bin ein Idiot. So, ich habe ganz kurz Brainer auf Kahn, das tut mir nicht gut. Oh, muss ich jetzt in den nächsten Boss frei, na super. Damit werde ich echt den Sack zu machen, na ja. Das gibt's nicht, Alter, das gibt's nicht. Ich roll da einfach rein, ich armes Schwein. So. Oh, no. 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 Meat Videileen! Tch, Intelli ! olling. Oh, nie. Okay, das was zumcalled Kahn 1 channel rausgefallen wenigstens. Super dogaune. Oh, ja. Oh, be Taken. Oh, no. Ich muss die ersten zwei Kraser eigentlich. Dann brauche ich keine Items mehr. Ist doch ein Zettel. So? So? Scheiße. 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 Two point. By the way, die Windmagie habe ich gerade aus der Seen gecastet. Und wir haben das Seen gegen den Gegner jetzt nicht damit hitten, damit die Challenge nicht verfälscht wird. Obwohl ich darf ihm nicht drankommen, weil sonst hielt ich ihn ja mit der Windmagie. Sogar einfach ein Mistklick. Sogar. 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 Sogar muss dann alles nicht mal geben. Ich habe vorher noch zwei Items gegrindet. Dafür brauche ich die克 Jär體. Das war eigentlich wieder so ein Event-Rätsel-Gegner und ich habe vergessen, danach die Steuerung rausgenommen. So, und Vitra, ich konnte den Eistitanen nicht besiegen ohne Vitra-Magie, weil er, es war unmöglich, sagen wir einfach so. Es war nahezu unmöglich. Du musstest Projektile blocken, wo danach direkt weitere Projektile kommen. Eigentlich sind die nicht mehr in der Block-Range und du hast nach dem Blocken einen Delay. Das heißt, du nimmst immer Schaden, wenn du dem Gegner versuchst, Schaden zu machen. Immer. Und irgendwann haben die Items-Zigler ausgereicht und deswegen musste ich dafür dann die Challenge mehr oder weniger. Quasi, ne, nicht aussetzen, aber halt, ne, vermindert spielen. Ich brauchte einfach die Heimat-G, sonst hätte ich das nicht geschafft. Ich glaube, das ist doch ein Strongstar-Move, dem ich nicht ausweichen kann. Ich bin einfach zu blöd darin. Einfach zu blöd. Oh, es nervt. Es ist blöd, ihm richtig auszuweichen. So, machen wir jetzt wieder so, dann stimmt das. Wenn ich noch irgendwas, das mir irgendwie hilft, schau dir mal die Optionen jetzt an. Achso, ja, natürlich. Sekunde. So. Aber wir müssen alles spoilern? Was ist denn das denn, das ist eine Challenge? Kingdom Hearts 3, Pazifismo-Challenge. Kingdom Hearts 2, was ist ein Speedrun of Wish bestellt? Was ist denn das, bitte? Okay, ja, okay, ich, ich, dafür, 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 äh, Kingdom Hearts Speedrun probiere ich tatsächlich. Das klingt witzig. Darauf habe ich Bock. Naja, sonst habe ich nichts, was mir irgendwas bringt. Gar nichts. Gravitas-Sprecher dürfte ich so oder so nicht einsetzen. Rieser-Post-Fight macht mich fertig. Ich habe halt sonst alles gemacht, was machbar ist, nur mit Zorger. Ich habe es alles einfach so, wir werden jetzt bevor es passiert. Oh, nein, nein, da habe ich gar keinen Bock drauf, ne? Gar keinen Bock drauf. Das ist die dümmste Challenge, die ich je gehört habe. Gar keinen Bock drauf. Ja, gleich kommt Roxas, der hat von der Haare, und dann kommt Axel, der hat von der Haare. So, wir können dich gar nicht reden, so lange wie der Film ist, Alter. Die Story im Prinzip auswendig kenne. Ich kenne die Story auswendig, aber ich kenne nicht jede einzelne Mission, etc. auswendig. Das ist halt das Problem wahrscheinlich dann. Ja. 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 lustige das ist keine zelle zwischen den augen halte aber wenn das gewinnt ne dann da will ich nicht mehr dann kann ich auch nicht mehr das ist das will auch ich dann nicht mehr ich hoffe dass wir zu gut wie nicht gefällt mir ganz ehrlich ich habe darauf gar kein wort wenn das passiert lösche ich meinen kanal und wir hat niemanden erzählen wie mein neuer heißt die zelt heißt dann kanal neu aufbauen das gibt es doch nicht ich habe in die falsche richtung jungen alter und jetzt greife ich auch noch anheben reicht dann wieder gut ist und wie ich der gegner war wie soll ich auch schon wieder so viel magie verbrauch was ist das hier ne du jetzt erst mal pause ist schon hart genug der fight so kurz eine minute lang durchatmen ein aus ein und aus diese cutscene ist so nichts aussagend die 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 Hier! Deepブ Ast b!! Deepブ Ast b!! Deepブ Ast b!! Deep Flip Deepブ Ast B!! Guck mal! Die Gehäuse! Sieh! Die Gehäuse! Die Gehäuse! Die Gehäuse! Die Gehäuse! Zudem wir die Kinemons 1 gespielt haben... Nein, Spaß beiseite... Alter! nein ich würde sagen bis den ersten mal ich würde sagen bis zum vierten ich würde sagen jetzt drei tage lang ich glaube das ist okay es gibt es doch nicht ich bin einfach zu schlecht für dieses spiel wie soll ich den machen ich muss euch seine patterns komplett perfekt auskönnen auch wenn ich kenne und schon gehörte so reist er damit auch nicht scheiße aber nicht gut ist es auch nicht Das war's für heute. Ja! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Was denn jetzt schon wieder? Deep Freeze! See ya! Thanks man. Oh... Deep Freeze! Deep Freeze! Das wäre ein bisschen länger, das wäre ein ziemlich langer Strawpool. Deep Freeze! Deep Freeze! Take this! Wie geht das schon los? Das gibt es doch nicht, wie oft wieder das sind noch Spam. Junge, das gibt es nicht. Ich bin so kurz davor zu sagen, ich grind bis 99, Alter. Macht mir zwar kein Damage mehr, aber... Ja, das ist doch mal gut. Alter, Junge! Hier! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Take this! Die Nase sind schon mit mir. Deep Freeze! all- See ya! See ya! Take this! Deep Freeze! Take this! Deep breathes! Take this! Deep breathes! Deep breathes! Deep breathes! See ya! Deep breathes! See ya! Deep breathes! See ya! Deep breathes! Deep breathes! This should help! Deep breathes! Take this! See ya! Deep breathes! Deep breathes! See ya! Deep breathes! Deep breathes! Take this! See ya! Deep breathes! Take this! See ya! Deep breathes! Take this! Deep breathes! Deep breathes! Deep breathes! See ya! Take this! Yeah! 앉mayed by Das war's. Das war's für heute. 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 Ja, gut, ja. so schlimm finde wie im Dark Souls Teil, dass du bis zu 2, 3 Frames gefühlt hast, in der du wirklich in Bezibility hast. Und gleich Zeit für den Energy. Oh, natürlich bin ich genau da reingesprungen. See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! See ya! Deep Freeze! 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 Okay, so jetzt geht es mir wieder gut, denke ich. Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Weiter, verweiter... Jetzt habe ich bloß noch die Blocks perfekt hinbekommen. Ich gehe gar nicht so weiter. Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Und dann da könnte nichtsobic werden. Doge wäre viel schlimmer als das blocken. Doge wäre schon eher so viel schlimmer, Du musst lauter 5 Hits hintereinander when... ...dodzchen. Und hier gibt's eigentlich noch sowas wie Stunlock Ah, den gleichen Scheiß nochmal Warum kann man diesen Kampf hier nicht skippen, Alter Deep breathing Deep breathing Deep breathing Deep breathing Deep Freeze! Deep Freeze! Hmmmm... Weird. Deep Freeze! Tori, bitte sag mir nicht, dass du das Kinemar 358 Days genommen hast. Bitte sag mir nicht. Ich will das wirklich nicht. See ya, see ya, see ya, see ya! Deep Freeze! Das war's für heute. Das war's für heute. Dieser Boss, ey. Mach mich aber nur noch fertig. See ya! See ya! Deep breathe! 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 Alter. Deep breathe! So, ganz kurzer Shirtwechsel, weil ich bin gerade am sweaten as fuck. Und bleib Sink. Beih Pfei! Und bleib Sink! Doe auch, nachher! So. Ah, das ist schwer. Hm, gute Wahl. Das gibt's auch nicht. Wie oft wird er das Spam, Alter? Ich schwör, dieser Gegner macht mich einfach mental fertig, ja? Das ist wahrscheinlich die Rache dafür, was ich, äh, was ich wahrscheinlich, keine Ahnung, dem, 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 dem Behemoth angezahnen hab. Auch wenn ich ihm keinen Schal mit Eis gemacht hab, aber mental zerstört und jetzt macht der das mit mir oder was? Oh, nee. Die Rache des Behemoth. Die Rache des Behemoth. Die Rache des Behemoth. Die Rache des Behemoth. Die Ops sind nach vorne. Echt? Krass. Ich hätte so hardcore Kingerhut 2 nicht so gut speedrunnen können. Alter. Aber es ist halt das Spiel, was ich am besten kann, tatsächlich. Obwohl ich Kingerhut 3 mehr mag, kann ich Kingerhut 2 besser. Es ist weird. Es ist super weird. Es ist super, es ist super, es ist super, es ist super. Ichpanische G��ON 3Plus wirdscht und gehen sehr schwer. Reichweite wichtig. Ich wage Milk-Tele hmmm. Sollte ich gleich machen, uch. Ich haben kein Problem, nämlich inっぷlesen. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht killen, aber... Na, wahrscheinlich nicht so knapp, oder? Nein, ein bisschen. Bisschen knapp. Okay. Haben wir jetzt schon zum bestimmten zehnten Mal das Maximum-AP-Level abbekommen? Oh, Mann. Oh nein, es ist immer wieder dasselbe Level ab, weil es davor nicht gespeichert wird. Sehr geil. Ich liebe es immer wieder. Oh, das ist immer wieder. Oh, das ist gut. Alter, das war glaube ich gerade Worst Case, was ich jemals hätte tun können, Alter Warum verlangt der Boss denn mir so viel ab, ey Ich verstehe es nicht Ich verstehe es einfach nicht Warum der Boss mir so viel abverlangt Warum ist das Blocken hier auch so slow, warum hat das ne 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 Casting-Time halt von ne halben Sekunde oder so Es ist viel zu langes Casting-Time für ein Blocken Einfach Blocken Casting-Time, ey, ich drehe durch Das sind die Phasen Wo ich mir sage, hätte ich mal doch lieber Elden Ring gespielt Weil Jetzt kann ich wirklich nicht mehr grinden Jetzt ist es vorbei Na doch, könnte ich noch Ich könnte noch ein paar Level grinden Wurde es mir helfen Wurde es mir helfen Weiß ich nicht Ich glaube, wenn ich in den nächsten drei Trials versuche, werde ich auf Level 99 grinden Das sind noch 17 Levels, das ist fast nichts Wenn wir schauen, werden wir noch ein bisschen strategisen und dann Ich denke mir einfach zu scheiße an in dem Spiel Vielleicht ist es doch einfach meine eigene Idiotie Das ist die mehr Damage ist jetzt schon gar nicht mehr drin Ich glaube, es ist ein bisschen mehr drin Ich glaube, es ist ein bisschen mehr drin Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Daytime Boss! Alter! Was ist das denn hier? Was habe ich denn gerade für eine Kack-Bruder-Wirft? Zuh! DEEP BREEZE! See ya! DEEP BREEZE!!!! DEEP BREEZE!!!! Deep Freeze... Deep Freeze. Deep Freeze... Deep Freeze. Take this. Deep Freeze... Deep Freeze. Das war's. Deep Freeze! Take this! See ya! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! See ya! Deep Freeze! Ich glaube, ich sehe ein Muster. Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Ich glaube, ich sehe ein Muster. Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! I will fly. High fast fhews. Nichte! Ships! 엄청 jett's. See ya! Deep freeze! K viditz! K viditz! K admission kido? G Ankara, dauert belly lang Hang casa muda. See ya! shines deep underneath I think I can't see my shape Okay Okay, das war irgendwie sehr kritisch, gerade. Alter, ich komm nicht... Ich erkenne zwar das Muster, aber ich kann immer noch nicht damit arbeiten. Yaa, Deep Freeze! Take this! Deep Freeze! Deep Freeze! Take this! Deep Freeze! Yaa, Yaa! My strength returns. What do you hope to accomplish? Do not deny it. Hier! Submit! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Submit! Deep Freeze! Submit! Deep Freeze! Deep Freeze! What a sensation. Submit! Deep Freeze! Deep Freeze! Submit! Deep Freeze! My strength returns. What do you hope you accomplish? Do not deny it. The final dark mission. Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Something不到mayı Deep Freeze! Take this! Boah! DEEP BREEZE Take this DEEP BREEZE Take this DEEP BREEZE DEEP BREEZE SUBMIT See ya, see ya SUBMIT DEEP BREEZE DEEP BREEZE Deep Freeze Deep Freeze Submit See ya See ya My strength of the Germans What do you hope to accomplish? Do not deny it Your final target Deep Freeze Deep Freeze See ya Deep Freeze Deep Freeze See ya Submit Nein Nein See ya Come open your heart Deep Freeze Come open your heart Deep Freeze This is my last one See ya Deep Freeze Come open your heart Oh Oh Come open your heart Deep Freeze Deep Freeze What do you hope to accomplish? I don't know if I can do it with a final elixir My last fight My last fight I don't know if I can do it with a final fight Deep Freeze See ya Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Take this Scheiße Deep Freeze Deep Freeze Take this Deep Freeze Tartor Was ist denn das jetzt schon wieder? Take this Deep Freeze Take this Deep Freeze Take this Take this Deep Freeze Take this Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Okay, probably I can do that to do it with a final elixir In the last fight See ya Deep Freeze Deep Freeze Take this! See ya! Deep freeze! Deep freeze! Submit! 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 mal gucken wie der nächste feierzeit wird absoluter krebs glaube ich ich glaube nicht dass ich es halt ohne finalelixier weit bringe es heißt ich werde die ganzen feinste noch mal wiederholen müssen das würde absolut schief gehen also ich glaube mindestens ein final ich würde ich brauchen was in it lies the heart of all worlds kingdom hearts look as hard as you are able you'll not find even the smallest glimmer of life from those dark depths are all hearts born even you Darkness conquers all worlds! Woah! Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. I've forgotten. It's almost no damage. Deep freeze! See ya! Deep freeze! 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 See ya! I do have damage? See ya! See ya! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Welcome to darkness! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Okay, he is no damage anymore. So we have no items anymore, but we can still get it. Das ist ja das Schöne. Ach ne, schaffen wir nicht, weil wir haben keine Heilheitsmuss mehr. So, durch den kleinen, ganz eventuell, bekomme ich hier genug Heal zusammen. Okay. Das ist super weird. Das kannst du dir doch so nur zuschneiden, oder? Okay, wir haben eineinhalb Lebensleistungen runter. Hm, schade. Ich kenne mich halt mit Layoutzeit null auszusingen. Ich dachte vielleicht, dass man das zuschneiden kann, da eine Fläche irgendwie ins Layout einpassen kann und da wird es dann halt angezeigt oder so. Das ist ja. Deep Freeze! Deep Freeze! Turn to Darkhap! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Welcome to Darkhap. Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Okay. Deep breathe. See ya. Deep breathe. Deep breathe. See ya. Oh, scary. See ya. See ya. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Welcome the Dark. Deep breathe. Oh, shit. Please do your... Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Okay. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Okay. Okay. Turn to darkness. Welcome to darkness. Okay. See ya. Deep freeze. Deep freeze. Deep freeze. Deep freeze. I have hope. Oh nein, jetzt geht das los. Jetzt geht das konstante Nerven los. Scheiße. Und er ruft doch nicht mehr seine Gate-Boys. Scheiße! Fuck, das ist verloren. Das ist verloren. Ach, Mann. Ich muss einfach hinter den Stern und dann... Scheinbar? Oh, scheinbar anders. Oh, scheinbar anders. Das ist die 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 Schmerzen sind die Schmerzen. Oh, das ist der kleine Junge, das ist der mini Beyblade Okay, das ist der mini Looks Done Oh, das ist der darkest Hurry Auf Wiedersehen. See ya! Deep Breathe! Oh, Stelfie! Deep Breathe! Deep Breathe! Oh, da war er noch ein Gegner. Wenn du einfach nicht diesen Scheißstrahl siehst. Zwei Lebensleisten können wir mehr runterprogramm, ohne Probleme mit scheinbar. Deep Freeze, Deep Freeze. Oh, help me. Deep Freeze, Deep Freeze. See ya, Deep Freeze. See ya, Deep Freeze. See ya, Deep Freeze. Nice. 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 Deep Freeze, Deep Freeze. Welcome to the darkness, Antio. Deep breathe. Ah, das ist ein Fight now. So in Grand Q. Die Fernsehen! Die Schlüssen gedrückt Die Schlüssen gedrückt Was? Ich muss treiben Scheiße, ich kann nicht mehr nähern Ich komme nicht mehr an ihn ran Ich komme nicht mehr an ihn ran Ich sterbe gerade einen elendigen Tod Ich glaube ich muss echt nochmal zurück an den anderen Fight machen Ich ziehe keinen Stich Das heißt Spielstand laden Da Ich werde den letzten Schritt gehen Ich werde die letzten Ich werde die letzten EP sammeln gehen Das war zwar eigentlich nicht mein Plan Aber ich komme so nicht voran Ich müsste mehr Hits tanken Ja, ich müsste viel mehr Hits tanken Die PvP haben wir jetzt Dürfen sie um die Sechs, siehunderttausend sein, glaube ich Oder? Schauen wir mal Status Sechshundertfünfzig Na ja, fast richtig Ich werde die Nein, kurz ein paar Einstellungen treffen Ah ne, haben wir schon Alles cool Dürfen Komm schon! Nope Ah, wie lange muss ich hier warten auf die Gegner? Ah, mich nervt das noch viel mehr mit dem Sound, ey Ich kegel auf die Gegner, es reicht mir Es reicht So So Nope Du nervst So 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 Geh in die Ecke So 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 Perfekt. Jetzt haben wir ihn in der Ecke. Befüß! 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 Deszen! 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 Das ist es! Nein, 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 nein. Das war's. Wir haben hier auch noch mal ein paar EP abgegrast. Haben wir jetzt noch 10.000 EP bekommen. Das war echt ziemlich gut. So. Das heißt, jetzt gehen wir einfach nur kurz aus der Welt raus. Resetten das und kriegen wieder 10.000 EP. Das heißt, jetzt gehen wir einfach aus. Joke 2. Finale X-Til bekommen, ist echt ziemlich gut. Das war's. 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 Ja, ja, ja. Ah, Donald, hör auf die Scheiße zu Karsten, ich dreh durch. Jetzt haben wir's, so, mal gucken, wirst du mich wieder ärgern, oder bleibst du diesmal am Spot? Natürlich nicht, ich freiwillig, so, da. Na, scheiße. So. Wind! So? Defense! Wind! 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 So? Never. Ich dachte gerade ist jetzt noch genau drunter gespawnt. Das wäre jetzt zu funny. Wind! So. Okay. Cool. Jetzt haben wir das erreicht. Was? Okay. Cool. Wind vor dem Tau. Ist hier noch ein Springer? Nee. Jetzt signiert mich ein Nobel-Challenge. Wieso? Alter, du mal spielst du hochhalten, oder was? Das haben wir Ding. Ähm, warte, ich zeig dir was. Ähm, Moment. Sorry, ich hab die Nachricht erst jetzt mitbekommen. Moment, ich zeig dir was. Raphungi. Ein Herzloser, den man nur sehr selten antrifft. Auch er ist von freundlicher Natur und scheint seinen Spaß einmal rumspringen zu haben. Er weiß, ob er nicht eine Belohnung für denjenigen hat, der ihm beim Springen behilflich ist. Hm. Also eigentlich helfen wir ihm nur, weil er Spaß daran hat zu springen. Um es kurz zu fassen. Hier sind eigentlich sogar ziemlich cool und nett. Habe ich nichts gesagt, Mobber-Dome. Alles gut. Alles gut. Du konntest das nicht wissen, du kanntest den Eintrag nicht. Also alles gut. Ich dachte vorher auch, dass es Mobbing wäre. Aber es gibt halt echt gute EP, wenn wir dem helfen. Das ist glaube ich auch der beste Spot für mich, um das zu ergrinden. Manchmal, da muss man halt einfach hochhalten spielen. Alter, dieser Donald ne, der geht mir so aufs Schwein. Ich soll... Perfekt. Diese hat sogar nicht so lange gedauert. Komm, geh in deine Ecke. Wir wollen alle nur... ... ...sinn... ...ein Part erledigen. Verdammte Scheiße, Alter, ich heule. Ah, funktioniert das irgendwie nur bei dir. Wund! 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 Ich muss nur jetzt schon überfehler haben. Dieser Bloatware. Na, ich sehe mir jetzt zwölf Stück. Wenn ich die Itemplätze zusammenrechne, sind das schon zwölf. Das heißt, wir müssten noch acht Farben dafür sowieso. Ich sag's euch, wir schaffen das heute noch. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Minütchen dauern. Oder zwei. Ich hab nicht mal ne Ahnung, was gepunktet ist. Ich kann ich denn wirklich nicht gebrauchen. Ich hab nicht gebraucht. Ich bin schon mal nehm. Ich bin schon mal nehm. Der ist einfach. Der ist einfach. also glaube ich zumindest nicht gestanden haben prüge Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep... See ya! Deep Freeze! Come on! Hmm. Easy. Let's go. Let's move around. what are we supposed to do? Let's go. Let's go. You're not going to eat. Let's go. Next time. Ich habe mich jetzt gar keine Accounts an mehr. Habe ich hier auch noch Encounters, ist die Frage? Nö, Null. Geil. Ich habe hier noch normale Encounters, aber warum bekomme ich dann einfach nicht meine Encounter? Warte, wie lange wird das noch dauern? Komm schon. Dieser Encounter kann doch nicht ewig dauern. Ich habe doch schon die Welt resettet. Alter. Was macht da noch irgendwann einfach keinen Spaß mehr? Okay. Überlassen wir noch mal kurz die Welt. Was fehlt uns noch? Der letzte Fungi. Okay. Irgendwie noch da eine Art von Herzlosen, den ich bisher noch nicht habe. Welcher das eigentlich sein soll? Kommt mir nicht in den Sinn. Irgendwas zwischen Klappersoldat und Adobambe. Und das sein soll. Da müsste ich jetzt haarscharf überlegen. Ohne Land haben wir einen Rear Encounter gehabt. Da hatten wir auch eine Rear Encounter. Das ist schon mal. Sterner. Ah, nice. Oh. Ich glaube, ich weiß, was der letzte Gegner ist. Jetzt müssen wir einmal hierher. Kurz. Ich muss mich noch einmal ganz kurz durchschauen. Ich habe es nicht. Okay. Dann war sie von der S. Der Stealth-Soldier in dem Falle. Der Stealth-Soldier ist. Energie-Trop. Boah. Noch nie gehabt. So. Cool. Hatten wir den auch mal. Jetzt müssen wir den auch in Jiminy's Journal haben. Ja, schleichender Soldat. Sonst haben wir fast alle, jetzt wird man noch einer, glaube ich. Kurz, ich schaue noch mal ganz kurz. Ah, ne, ja, genau, der fehlt mir noch und hier fehlen noch zwei. Aber die letzten zwei Gegner sind. Gut, einen weiß ich. Den anderen weiß ich gerade nicht. Das könnte Phantom sein. Boah, aber Hamu, du hast da gar nicht den Secret Boss Fight gesehen, oder? Also den, 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 der erst in Final Mix rauskam. Dafür muss ich eigentlich so basteln. Der heißt einfach nur Fragezeichen, in dem Falle. Ich, ich zeige dir, ich zeige dir, Sekunde. Ich muss dafür aber ein bisschen umbasteln, weil so schaffe ich den nicht. Weil der, der ist absolut immun gegen sämtliche Arten von Magie, außer Gravit-Magie. Ja. So. Ich meine, wir werden dazu ganz noch kurz den Standort wechseln und dann zeige ich dir den. Der hat eine coole Cut-Szenen, die ich mag. Und der weiß doch, ging nochmal zwei hin. Was ich cool finde. Er geht eigentlich als Fragezeichen, aber du wirst gleich sehen, du kennst den Boss. Du weißt sofort, wenn du ihn siehst, wer das ist, ja? Das weißt du sofort. Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Na guck mal, den kennen wir doch. Wer hat denn bitte diese extrem stronge Elektro-Magie? Das ist keine wirkliche Elektro-Magie. Ich müsste es doch eigentlich auch gleich an der Musik erkennen. Vielleicht. Wenn du aufgepasst hast. Also wenn du wirklich aufgepasst hast. Aber ich glaube, du wirst es auch gleich spätestens im Kampf feststellen, wer das ist. Pass auf. Hier. Guck mal. Woran erinnert dich diese roten Klinge? Wir haben tatsächlich keine Möglichkeit, ihm zu schaden. Kein Eis-Magie ist nichts. Das einzige, was dagegen hilft, ist, äh... Also das ist jetzt out of the challenge, weil ich hab den noch nie gechallenged. Also so allgemein gechallenged. Und er ist, seine einzige Schwäche ist, äh, Kravik-Magie. Und ja, das ist der letzte Secret-Box. Das ist ein. Vorabbirth. Genau, woanders? Ich habe nur noch nicht viel gefunden, weil ich WIGRA bekomme. Du musst dich irgendwie daraus befreien und ich weiß noch nicht genau wie. Da ist noch eine Challenge für sich. Ah, ich wette der gibt gute EP und vielleicht auch ein gutes Item, ich weiß es nicht. Vielleicht hilft mir das im Endfight gegen Ansem. Ich schlage ihn? Ich habe gleich hingezappt, aber die Klingeln sind eher Xemnas-mäßig. Richtig, es ist Xemnas. Es ist Xemnas. Diese Elektro-Kugeln, diese Plasma-Kugeln, die hat er ja auch gecastet. Die honey herr決ulIntel, die hunter deep. Ich schlaufe dich! Deranco-Kugeln wird nicht Ant запrobiert. Ich bitte auch mal Il Zweig für sich. Das war's. Und er macht ja auch diese Wände eigentlich. Also, gut, wir haben ihn nicht wirklich im Fight gesehen, außer halt nur. Okay, wir haben es irgendwie geschafft, wieder rauszukommen. Scheiße, wir haben vergessen, was auszurosten. Das ist mir nicht viel zu früh, viel zu spät aufgefallen. Ability, Sarah. Oder? Kreuterschutz, da. Natürlich. Woanders kann man den ja nicht besiegen. Doch, es ist nicht mehr. Oh, okay. Ich frage nicht bloß, warum er so ein... Man muss so empfinden, wie auf Krabi Magie ist. Oh, thanks. Forts! 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 Scheiße. So anders ist der Kampf. Anders ist das glaube ich egal. Nee. Der ist absolut nicht keinen. Der Kampf ist der Kampf. Der Kampf ist der Kampf. Ich mache trotzdem so unfassbar wenig Schaden, weil ich immer noch das Kack-Schlüsselschwert drin habe. Ich würde da verzichtigen jetzt auf einen P-Punkt mehr und nehmen dafür dann lieber sowas wie, keine Ahnung, mit mehr Damage rein. Zweimal gebrochen, Alter. Ich würde die ganze Zeit seine Stands brechen, Alter. Alter, ich kann mich darauf nicht konzentrieren, ne? Das geht so schnell dadurch durch die Liste. Ich drehe durch. Also ja, natürlich habe ich das noch. Okay, warte mal. Okay. So. Oh no. Dramatische Musik Force! See ya! Force! Force! Come on! Force! 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 See ya! Heal! See ya! See ya! Force! See ya! Force! See ya! Force! Heal! See ya! Force! Force! No. Force! Heal! Heal! Force! Ah, jetzt geht das richtig los hier oder was? Gemein. Alter, nee. Ich konzentriere mich dann viel zu hardcore darauf, dass ich das irgendwie schaffe. Jetzt hoffe ich den noch nicht schaffe. Ich bin Level 83, Alter. Ich könnte kurz Caesar mal probieren. Der ist auch hart. Auch nicht in der Challenge machbar. Aber ich glaube, ich habe den noch nie defiled oder so. Ist ja doch so eine Sache. Und vom Phantom will ich noch gar nicht reden. Ich habe ihn noch nie so hoch gelevelt. Ich bin in einem Kinemars-1-Placer, muss man halt auch dazu sagen. Noch nie. Ich weiß noch nicht, wo ich Vigra herbekomme, die nächste Form von Vitra. Das ist, glaube ich, jetzt eine der wenigen Magien, die mit mir noch fährt. Ich weiß noch nicht, obwohl ich noch nicht hatte. Diese Config haben sich auch schon mal ein ziemliches Upgrade erinnert. Kannst du das fix raus suchen? Wo man in Kingdom Hearts 1 Final Mix Vigra herbekommt? Das ist ja immer interessant zu wissen. Ich hoffe, das ist nicht über irgendein Cap-Mini-Game, Alter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Kampf überhaupt gebalanced ist für KW-1-Format, Alter. Ich bin mir absolut nicht sicher. Nein, jetzt gehen wir hier los. Nein, ich krieg mein hier nicht durch, oder was? Lass mich verarschen. Das ist so schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Okay. Mein Pusher, weil es ist in jedem Fall nicht. Das ist so schnell. Ich bin der Fall nicht. Auf geht's! I'll do this. Was? Ich bin einfach scheiße. Zeit oder Secret Boss muss man halt auch dazu sagen, ne? Die ultimative Challenge für Kindermals einzumachen. Wird das wieder los? Okay, ich sag mal, ich muss nicht rausfallen, Alter. Ich krieg ihn nicht mehr in mein Gravica rein. Was ist das? Oh, ein Megaport. Wird das wieder los? Okay. Ich finde, die haben es mit der Fatum trotzdem noch in der Nummer 2 sehr übertrieben. Ich finde, der hier soll die ultimative Challenge sein für die... Für, für, für Kingdom Hearts 1. Aber die haben einfach mit... Die haben einfach mit dem Phantom zu sehr übertrieben King Hearts 1 und deswegen ist es nichts für mich. Ich glaube nicht, dass ich die Auf umgemaßen schulde... Ich bin's ein Megaport. After doch nicht. Ich bin's. Okay, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin mir's. Okay, wir haben die Herausforderungen. Heal! Heal! Furt! 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 Hau! Furt! Alter. Genau so. Ah! This should help. Force! Force! Ah! Force! Heel! Ah! 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 Oh, oh, oh! 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 Was passiert hier? Was passiert hier? Oh, er wird nur noch aggressiver? Das ist ja geil. Ich glaube das war's. ich dachte das war es die ganze zweite auf der fahrt der seite mich zu hart ein kinder mal zwei ich habe doch wie geht das wie ich habe doch nein habe ich nicht natürlich habe ich es nicht drinnen nicht spaß natürlich noch mal dazu vorausgehen ausrüstung so wenn ihr mal das schlüsselschwert rein ist cool ich glaube ich glaube kristall mit ross cooler zwar nicht wegen den ap habe ich würde sagen dann immer noch ein defensives item mit das wären defensives item die war zwar auf 12 runter anstelle von 19 ursprünglich aber damit sollten wir das eigentlich glaube ich sogar schaffen weil wir müssen ja wer ist der mensch aufmachen und alles kurz ich suche mir jetzt weil du es nicht gemacht hast du ich mir selber raus okay ich wollte nicht da schon mal alles gut ich werfe ja auch nichts vor oder so ich habe es mir jetzt nichts rausgesucht ich bin das schon jetzt gerade nach dem fight ein bisschen grumpy aber das hat nichts mit dir zu tun so ist er noch mit der er ist kratzen auch hier sondern leon ok 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 Ah, Mikra, cool Muss ich mit ihm auch dreimal quatschen? Oder fünfmal? Gute Frage Okay, das ist ein letzter Text, cool Ist hier noch Juffie? Juffie? Keine Juffie? Ist sie vielleicht oben? Ist sie überhaupt hier? Das ist ein letzter Tag Wir haben gleich nochmal dein Geburtstag Äh, 17.05. wenn du's genau wissen willst Vielleicht noch was für dich hatte okay gut das war es ich habe noch irgendwas in erinnerung ich bin mir nicht mehr sicher was es war ich weiß bloß wo ist feier gute frage wo feiere ich weil ich dann schon in dresden wahrscheinlich nicht scheiße sehr schon in zwei wochen fang ich war ja nie mein eigener geburtstag ist die sache ich feier ist einfach nie ja wird es halt mal jetzt das machen wir genau wie es raus ich schlafe eine nacht drüber und dann schauen wir wie gesagt ich feiere zu seit mein eigener geburtstag zu hause ausgezogen bin feier ich den eigentlich so gut wie nie ok ich glaube ich mache ein bisschen mehr damage aber nicht viel ich würde sie einfach nicht brechen lassen dieser ehrenmann von kufi alter Ich nehm gleich Leadbracer rein, wenn das so weitergeht Ich kann aber gar nicht gerne nacken Ach, das ist nicht die Idee Ich kann mich zwar jetzt heilen, ganz entspannt, aber Warte, ich kann nur so einen Seiten, so ungefähr Das gefühlt, kein Damage, ne? Trotz, dass er eine Schwäche gegen Gravit zaubert, auch dass es ihm nicht wirklich einfacher ist. Scheiße, scheiße, ja, Scooby, das hilft mir grad gar nicht, sorry, aber, ne, nicht drinnen. Okay, das Weak greift mir auch nicht viel mehr, aber ein bisschen. Ah, das ist die Lose. 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 Was... Was? Heel! Force! Heel! 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 Kann sein, er attacks zwar blocken, aber es bringt rein gar nichts, weil der Gegner nicht dabei irgendwie geparriert wird. Ach, kackt dann. Boah, Alter, ich habe jetzt einfach keine Bot-Frei-Range bekommen. Nichts! Nichts! Oh, sehr schön. So mag ich das. So mag ich meine Gegner. Unmöglich. Unkillbar. Wow. Ich sollte vielleicht doch den Chat mal vorher eröffnen. So. So. So, ich gehe noch mal aus der Ecke raus. Reicht da noch wieder. Siehst du das auch grad warm und dass wir fünf zuschauen oder drüge ich mich meine Augen? Und wenn ja, wo kommen die her? Was wollen die? Was passiert hier? See ya! Ich werde in Möglichkeit schauen, was du zu. Haben sie auch gesehen. Das ist weird, oder? In der Kategorie, so viele Zuschauer gleichzeitig, wenn ich gerade Tobi raidet, ist schon... Das ist weird. Okay, jetzt sind so noch drei. Ja, ja. Zulgleich bestimmt, dass wir zwei abgauen. Wollten erstmal nicht mehr. Ich finde hier richtig so. Ah ja, so nah an der Hitbox, ne, von dieser Scheiß-Bubble, Alter. Ich drehe durch. Jung, Alter. Wie nah willst du sein? Ja. Ich bin hier da genau der W Absturz. Alles was auch aer. Ich bin hier, Methoden tiger. Ich bin hier,hauper. Je. Ja. Oh nein. Okay. Irgendwie hat diesmal instant geklappt. Verdammtes Leaf Bracer. Okay. Das war hier, der in die Leere ging. Jetzt aber. Alter. Das gibt's doch nicht. Weißt du was, ich mach jetzt erstmal kurz dieser. Kurz dieser ist easier. Eindeutig. So, fertig gekratzt. Und weiter geht's nach Agrabart. Agrabart. Und da werde ich erst Agro-Bart. Ohne Bart. Aber mit Agro. So. Swoosh. Haben wir auch noch hier nen Secret Boss offen. Und ich werde ihn, soweit wie ich es kann, tatsächlich mit Eismagie verprügeln. Soweit wie es mir möglich ist, werde ich ihn mit Eismagie verprügeln. So. Ist doch glaub ich die Magie deiner Wahl in dem Fight. auf. Ah. Notfalls begrenzt er mich? Auf At-Tech. Okay. über das mal ja 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 zur weine sache aufpassen die da okay aber die hat nicht so viel range die kugeln können wir leider nicht hätten wir uns das sämtliche magi versperrt so kann ich okay können post die frühe sind so noch der chance hat deutlich effektiver aber die challenge zu liebe Das musst du dann später in die Zusammenfassung fangen, Alter. Die Demoralisierung eines Secret Bosses mit Ice Monkey. Oh, das hätte ich auch gern, aber ich glaube, das ist echt viel. Ich hatte das ja gefühlt, alle zwei, also zweimal in der Sekunde. Das ist jetzt bloß mal ganz kurz so ein Heal ein, weil er wird bestimmt gleich wieder mir mein, äh, mein, ja. Oh, ich sehe es, komm, ja. Schade. Enttäuschend. Ich bin da in der Mitte. Was willst du? So, soll ich lieber, soll ich lieber, soll ich lieber, so? Was ist das? Dafür gibt es ein ganz einfaches Thema. So. Oh, das ist so funny. Oh, ich habe noch, ich habe noch die Chance, wie man geht, so, ne? Oh. Oops. Hm, schade. Kann ich auch da mit dem jetzt machen? Tatsächlich ist ja unglaublich. Okay. Okay. Aua, 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 Aua. Wie oft soll ich das dodgen? Ja. Warum kann ich da nicht drüberfliegen? Ja. Da muss ich ja Credits geben. Und in zehn Jahren wird irgendjemand diesen Command in meinem Set verwenden und sie fragen, der Tampion 126 ist. Und werde ich sagen, die Legende. Ich glaube, actually, er ist eine Maschine. Die ganze Zeit, wenn ich in seiner Nähe bin, höre ich Maschinengeräusche. Ich glaube, das hat er nicht stärkt. Oh, ich sollte weiter machen. Nein, jetzt ist es Wurst. Okay, das macht keinen Damage an ihm. Das ist sehr interessant. Warum habe ich ihn gerade auf unter eine Lebensleiste untergeprügelt? Wie funktioniert das? Oh, scheiße. Oh nein, bitte nicht. Das gibt es ja nicht. Ich würde schon sagen. Nein. Er macht es wieder. Ach, verfickte Scheiße, Alter. Okay, ich habe eine Idee, wie ich den schlage, tatsächlich. Ich habe eine Idee. Pass auf. Das ist jetzt sehr funny. Ich glaube, so werde ich ihn schießen. Ich glaube, so werde ich ihn schießen. Weil er macht immer das zum Anfang. Immer. Ich habe ihn schon. Ah, das ist schon ein bisschen zu viel, glaube ich. Ah, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel. Ich glaube, damit können wir eher uns schließen. Mal gucken, wir probieren es mal aus. Schade. Es hat nicht so ganz geklappt, wie er wünscht. Nein, du verpissst dich nicht. Du hast kein Recht, dich zu verpissen. Loll! Sei mal, das absolute Schießprogramm. Schade! 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 Schade. Aber das hat gut funktioniert, tatsächlich. Ich glaube, wenn ich das ein bisschen besser time, dann ist sie am nächsten Turn eventuell sogar tot. Schade. 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 Das ist das hier schon wieder. Ah, das ist das hier schon wieder. Wir müssen ihn runter den Kürtme. Verdammt. Oh! Oh! Das ist gut! Oh! Ah! Come on! Oh! Hier! Oh? Okay, ganz kurz, so nachher. Ach, Mann. Komm schon jetzt aber Ja, Mann Komm schon, volle Power, Jungs Okay Gut, haben wir erst den Secret Boss down Und das ist einfach nur, weil wir ihn hardkopf geschießt haben Wow, ich hab die Katze ihn noch nie gesehen Das ist meine Angst Das ist der einfachste von den Secret Bossen So sad Sora hat Sander Zucken erlernt Einzelbericht Nummer 11 Okay So, das dürfte einer der Herzlosen sein, die wir noch hatten Da, Korzisa So so 84 was war das überhaupt für eine bildet die wir bekommen rotator hat sich im ziehen für deinen heftigen rotation zieht aus weil wir uns jetzt schon seine abschließung würde er ein schöner gegner verrichten können die ende lehrer ja 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 wir können das nun gegen sämtliche an magien ja ¡Aquins! 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 Das ist so close. Ich bin aus meiner Weg. Ich habe keinen Heizmus mehr, geil. Und ja, ihr seht das richtig, er nimmt keinen Schaden durch meine Angriffe. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber hey, ich habe länger durchgehalten als... Das ist ein Try. Warum nimmt er keinen Damage? Will der nicht? Der will einfach nicht. LOL. Ich habe ihn einfach wirklich... Ich habe wirklich einfach gegen ihn verloren. Alter Schwede. Nimmt er einfach keinen Damage. Irgendwie müssen wir den erschlagen. Jeder Jackpot brauchen wir jetzt noch. Charmeur. So. Wenn ich hier oben noch irgendwas Charmeur gehabt. Ja, da. Oh. Ich probiere erstmal so weit zu machen, dass ich überhaupt zu dem Punkt komme. Wo ich überhaupt Damage machen kann. Ich bin da weiter Damage. Ich bin da weiter Damage. Das war's. Ist das überhaupt möglich, ihm Schaden zuzufügen? Es gibt Leute, die schaden das auf Level 1 und ich schaue es nicht mehr auf Level, keine Ahnung, 85? 84. Alter. Junge, ist das überhaupt möglich? Der hat anfangs so eine Phase, wo er kein Damage nimmt. Du musst ihn aber trotzdem mitskimmen, damit diese Phase halt vorbeigeht. Und ich weiß halt nicht, wann die überhaupt endet. Hades hat er ebenfalls so eine gehabt. Drei. Das sind. Drei. 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 Heel! Come on! Heel! Come on! I'll win! I'll win! I'll win! I'll win! Oh, das ist ein Klassiker. Ich glaube, sie passt zu alles, bloß den Zucchini-Matz. Es ist auf meiner Hochzeit, das. Zucchini-Matz? Nope, not at all. Zephyroth! Ich brauche ein bisschen mehr Defense, wenn wir hier. Das ist halt Zephyroths eigene Musik, die halt auch zu weitermachen, wenn es zu 7 kommt, weil es zu 7 nicht gespielt hat. Wind. Hier. Bisher halten wir uns relativ healthy. Es ist eigentlich... Es ist eigentlich okay. Gut, wir sind hier. Gut, wir sind hier. Oh. Wind. 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 Wind Geists. What? auf ich oder sehr sehr 84 ich wollte eigentlich gründen also dass ich die klein ich bin jetzt ja das ist mir gar nicht so oh nein ich wollte ich noch mal die gold und anfangen ich höre jetzt hier nicht auf ganz vergessen wird ihr nicht aufgegeben wird nicht aufgegeben so gründen jetzt die goldrunde durch ich will ich ja gar nicht besiegen wir gehen zurück zu meinem guten alten freund platz nummer zehn das sind meine guten alten freunde platz nummer zehn und da können wir bestimmt auch noch mal gut items bekommen level vielleicht ein oder zwei sind drinnen mal gucken ich habe immer noch das drinnen freut mich ja ganz besonders naja da einmal kurz ab ich brauche mein eis sonst geht das einfach nicht so obwohl ich brauche was wir anders erstens so zweitens so und drittens dass sie das schon ein stück besser aus was ein paar items ausmachen das sieht schon viel besser aus als sie gegen so normale gegner ultimativer schaden gegen ganze so hier und in bin Einfach das Beyblade, Alter. Er ist einfach das Beyblade. Hey. Einmal alle genervt, so. Dramatische Musik, Alter. Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! Yahoo! Hu 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 hu! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! We're trying to see a groupies spin this man... See ya! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! Deep Freeze! See ya! Deep Freeze! 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 Zoom! Tragages! See ya! Deep freeze! Come on! Come on! I flug it in. Come on! Come on! See ya! Deep freeze! Deep freeze! Come on! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Come on! Das ist schon hier. Das ist unglaublich Das ist schon hier. Oh, meine Abwehrkraft ist immer noch eine Stufe gestiegen, das ist cool. Ah ja, der Vierachter. Der gute Vierachter. Granitos. Oh, ich kann mich jetzt wieder irgendwo hinstellen und aufwarten, dass die beiden dann fertig machen. So, das heißt, ich kann mich noch entspannt eine drehen. Da werde ich mir eh nichts machen. Oh, ich kann mich noch nicht machen. Oh, ich kann mich noch mal mal sagen. Oh, ich kann mich noch mal sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 85, ey. 710.000 710.000, 250.000 durch 5.000 sind ziemlich oft, ich glaube 50 Mal. So, perfekt. Willst du gleich mit mir da einspringen, wo du hoffentlich auch rum willst? Okay, scheinbar nicht. Desen! 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 Und sowieso in der Finale-Elixiere für den Final-Kampf! Wins! Entschuldigung! Den werde ich wahrscheinlich Ja, ok Der gibt schneller EP Oh, das war sein Ehrenmann Ähm, ähm So Hä? Ist das einfach rausgebackt oder was? Was ist denn da hinten noch? Ach, ein Experte So 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 macht hier dauert nur rein und raus ich musste für echt die welt resetten ich glaube mir bleibt nichts interessiert mich oder ja ich glaube ich muss nicht die welt resetten ungünstig ich muss mir überlegen ob wir da irgendetwas anderes brauchen müssen wir noch den süßen fügel finden ich glaube ihnen auch auf der andere Seite ok gewählt tropfen hat man den schon mal gefunden diesen fügel fügel gut ja 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 Das wird ein hartes Fight für Stop-Gar. Letzte Maggi, die mir fährt auf Gar. Letzte Freak in Magie. Na gut, wir wollten ja jetzt sowieso... Was ist denn da, ey? Hier rein? Da ist Tinky Ball. Stop-Gar bekommen wir nur vom Phantom. Und darauf habe ich gar kein Wort. Du bist so schön. 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 So... Okay. Oh, here we go again. Fast. Hey, not so far up, young man. Oh, damn. We already hit him. Oh, damn. We are completely hit. Dude. Oh, I'm going through. I'm your own. As soon as 1,000,000 episodes go through the tiles. No problem. Oh, damn it. It's okay with you. See ya! So... Not so lucky me. 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 Okay, keine Karten, die man skippen kann. Das war's für heute. Da ist unsere EP-Quelle. Verdammte Scheiße, einfach nur Mist. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 So. So, dann bleiben wir schon wieder. Ja, das ist so gut. Sollte haben wir schon gesagt. Na, hau da nicht ab, Junge. Das war lebensgefährlich, Mann, junger Ich will doch gleich wieder abholen, ich weiß, komm Ich wollte mir die Ferngefehl zu geben Das war die Ferngefehl zu geben, ich will die Ferngefehl zu geben 87, ey Ah, Goofy hat ordentliche Tech zugelegt, 74, Mann, ey Junge, das ist so krass für ihn Jetzt sollte der fast alles ruhen hinten können So, zwölf Das war die Ferngefehl zu geben 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 Vielen Dank.